Also unten rechts die Symbole, das hat überhaupt nichts zu bedeuten. Geh doch weg, du dumme Genosse. Ja, mach doch mal. Oh, das gibt's noch nicht. Ich hab doch. Hey, hey, hey. Ich hab ein bisschen weiter. Ja, der war gut, der war gut. Nein, 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 nein. Warte, warte, warte. Wow. Bist sicher. Oh, war einfach ne Nudeln eben. Oh, ich geb mal wieder zurück. Eieieieiei. Komm schon, komm schon. Está ja. Dieser Lade-Robotank. Nööööö, da hat doch nichts drauf! Oh Scheiße, das sieht nicht gut aus mit unserem Leben Ja, ja, komm, komm, komm Das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht Nein, 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 nein Nein, oh, ich rutsche immer weiter weg hier Das wird immer so dumm Ah, Mann, ey, so ein Shit Ah, ich hab Oh, was ist denn Kugeln haben keine Verkauf Kugeln hat schon wirkt Ja Mist hier Ja Mach doch mal was mit dem Scheißding Was ist denn? Dieser Laderoboter hat aber nicht Ah, ist so ein Kotzen, ey Oder denn Ah Und von hinten Oh 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 Will doch nicht mehr viel Ah Dreh dich doch nicht, du Wann ist das denn mit dem Scheiß Roboter hier Oh Oh, das gibt's noch nicht, ey Ich krieg die Krise, ey Ja, Alter Dreh dich doch mal um, ey Nein Nein Davollzeit Scheiß ich ja da Du liebe Sonne Ja, ja, ja Gib's ihm Jetzt egal wo What the fuck Schön, dass Sie nach Heil sind, Daniel Wie bitte? Sie wollten ihn sterben lassen Belle, was redest du da? Wir waren geteilter Meinung Sie wollte Befehle geben und dich zurücklassen Beruhigt euch alle Ich hatte Angst Ich bin nur Pilotin Aber als Lieutenant musste ich eine Entscheidung treffen Kein Marine bleibt zurück Da zählt kein Rang Können wir das verschieben? Bella Wir können nicht mehrere Leben riskieren, um eins zu retten Wir wissen, was Sie durchmachen Aber wir können niemandem vertrauen, der in ein paar Stunden stirbt Wie können Sie es wagen? Eigentlich wollte ich die letzte Kugel für mich selbst Wow Schon gut, schon gut Wir sind okay Bella Bella, nimm die Waffe runter Nimm sie runter Sie haben gerade eine Waffe auf einen Vorgesetzten gerichtet Vorhin hieß es noch, Ihnen eine Kugel in den Kopf zu schießen, wenn es so gut ist Das reicht Lass Gehen wir zurück zur Zentrale Verdammt, ihr beiden So, Leco Actual Hier ist 3-3 Wir haben ein paar Marines gefunden und den Funkton zum Laufen gebracht Sind auf dem Rückweg Wir sind ganz schön mitgenommen Uah Hohoho Wir haben es geschafft Schön Ja, es sind außergewöhnliche Umstände Ich habe seit gestern 300 meiner Leute verloren Also glauben Sie mir, ich kann das nachfühlen Reed, Bella Lassen Sie den Unsinn Und machen Sie einfach weiter Bitte um Erlaubnis Sie haben die richtige Entscheidung getroffen und das wissen Sie Basta Sie beide, vorne und Mitte Die zwei wollen also mal ein Ja-Wort Zu dieser Kamikaze-Mission ins Herz von Weyland Yutani Um dieses Ding aus ihrem Brustkorb zu holen Es fehlen ohnehin schon zu viele Kräfte bei all den vermissten Marines Sir, wenn Sie nur zuhören Autorisiert Unter einer Bedingung Sir Dort gibt es ein Register über das gesamte Personal Bringt es mir und ihr könnt es tun Ja, Sir Danke, Sir Da sind ein paar Kettenfahrzeuge von Hadley Nehmt eins und kommt lebendig zurück Ihr alle Bitte um Erlaubnis an der Mission teilzunehmen, Sir Nein Ich möchte mit Und ich brauche eine lebendige Pilotin Um hunderte von Marines von diesem Planeten zu bekommen Darüber diskutieren wir nicht Sie sind uns nichts schuldig Bringen Sie bloß alle hier raus, damit wir Weyland vernichten können Bleiben Sie einfach aus dem Weg Jawoll So, die Mission haben wir im Sack Komm, wir überspringen das einfach mal Nächste Mission Ja, Freunde Ihr wundert euch, warum ich so wenig getötete Leben habe Warum hältst du an? Auf diesem Gelände kann ich nicht mehr weiterfahren Der Staub hat dem Wagen so sehr zugesetzt, dass wir kaum noch vorankommen Wir laufen Sir, Laco Rachel, hier ist Winter Wir brauchen einen Fußweg zur Einrichtung Verstanden, Winter Aber vergessen Sie das Register nicht Ja Das hätte man zu beantworten Und zwar habe ich Ja Wie sage ich das jetzt am besten? Äh Ja, von vorne anfangen müssen Weil ich war schon viel, viel weiter Und musste aber dann irgendwie neu anfangen Weil OBS da nicht mehr aufgenommen hat Ich hatte nur noch ein schwarzes Bild Yeah Das ist dann nicht so toll So, äh In dem Sinne habe ich dann natürlich aber auch Ähm Ich drücke jetzt einmal hier drauf Um euch das mal zu zeigen Es ist geil Man hat hier zum Beispiel Waffenaufrüstung Ihr sammelt hier auch ein paar Punkte Das ist dann verfügbar mit den zwei So, dann könnt ihr Wie ich sehe Ja, wir haben Kampfgewehr Habe ich ein bisschen aufgerüstet Äh Maschinenpistole Habe ich ein bisschen was gemacht Mit Zielfern Und Schrotflinte Mit Streu Dings Äh Also und so weiter und so fort Äh So, jetzt will ich schon mal gucken Äh Dass ich diese Waffe mal So Wollen wir mal gucken Äh Und hier So Warte mal Wo haben wir denn unsere Aufgerüstete Äh Jetzt bin ich immer mal gespannt Welche das jetzt war So Das ist die Da habe ich ein Laserdings mit dran gemacht Soll wohl auch besser sein Äh Fürs Nachladen und so Ja So Dann geht es weiter Dann habe ich mir eine Seitenwaffe Da habe ich mir Dienst Äh Kampf Und das Ne, warte mal Ich hab mir Ne, das war es nicht so automatische Pistole Aber ich glaube, das zählt da wohl schon gar nicht mehr Äh Dafür Sekundär Sturmgewehr Ne, ich hab mir Ne, dann hab ich mir aufgemotzt Ja, das ist eine Maschinenpistole Warum das jetzt als Gewehr gilt Ist mit dem zu Schrenzlauch Und da hab ich glaube ich auch was man gemacht Äh Das ist jetzt, ja, so ein bisschen Äh Äh Kampfgewehr Äh Schrotflinte Kampfgewehr Äh Kampfgewehr Ähm Armat Okay Aber ich habe das Armat Kampfgewehr Sekundär Und jetzt muss ich mal gucken, welches hat ich hier Sekundär Pulsgewehr Sturmgewehr Ich glaube, dieses ist das hier Meintest Naja, ich habe halt ein bisschen was gemacht Ja Seidenwaffe, na, keine Ahnung Ja, dass hier nicht die Maschinenpistole drin ist, ha Wollen wir mal Jo, also los geht's Ich habe vorher gar nicht danach geguckt So, wo kommen wir jetzt hin? Ich freue mich, die noch Alter Voll der Parcursläufer, ey Wo wird Okay Okay Gut Ah, rennt nicht so viel Hier kommt nämlich, äh, gleich jede Menge Das ist jetzt So ein richtiger schöner Abenteuerspielplatz hier Jede Menge Oh Oh Wir haben eine Fluchtgapsel, dass du lachst Es gibt keine Überlegungen, die Zeit Der Xenu hat sie Xenu hat sie Xenu hat sie Folgendes Wir kümmern uns um unsere Leute Alles klar verstanden, Sir Ja Ich bin mal gespannt, wie sich unsere neue Muppe macht Gut Hinterm Berg kann nicht viel passieren So Alles klar Rüstung fehlt natürlich Das ist irgendwie Du feuerst und wir übernehmen die Flanken auf mein Zeichen Wer auf dein Zeichen, wer auf dein Zeichen ist, äh, ja, oh, die Hilde läuft, äh, du Na los, bleib hier nicht stehen, du Wildling Ach man Da hat's wieder auch ein Dien Okay, ich dachte diese, oooohh Ja gut, äh, ich sollte meine Fähigkeit gegenüber dieses, äh, Alien Scheiß Zeug hier, äh, oh, was, wie Kacke Kacke Schon wieder halb am Arsch Ah Jo Da gibt's sie von hinten Und, äh, kein interessiert's Geil Also, äh, hier muss ich, darf ich mich nicht auf diese zwei Knalltüten vertrauen Nein, nein, nein Die Ritsch beiden Jahren зрitagnos самых Yep Vocal Ja Frau prospect Na Ros 将